Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neunten Folge TTT. Okay nochmal mach mal cooler. Ja dann komm doch erstmal hier in die Kirche. Ich dachte du machst jetzt Kirche man. Ja mach ich auch, aber jetzt sind es doch alle hier rein. Ja aber bis alle jetzt da sind, das dauert doch 5000 Jahre wieder. Nein, die kommen jetzt hier kurz rein. Ja die wissen nicht mal wo die Kirche ist. Doch, mach die auch, dann sehen die. Fang doch jetzt einfach an. 3, 2, 1, go. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neunten Folge TTTTT. Heute sind wir jetzt zusammen in der Kirche mit der Kirche Wurst. Hallo. Hallo, Partida Santi oder ne? Alter, dein Hut. Ich dachte jetzt kommt hier voll die geile Anmoderation und dann ist er wieder hier. Also ich fand die echt geil eigentlich. Ja, ihr müsst halt in die Kirche kommen. Und mit dabei, kann man ganz gut sagen, ist heute der gute Walle. Der Sanger-Tar. Guten Tag. Guck mal. Der Walle läuft mir die ganze Zeit so verdächtig hinterher. Guck mal Alter. Das ist ja voll die geile Karte ne? Guck mal hier das Pult, Alter. Was ist hier los, Alter? Wir starten heute eine Intervention. Dennis Wert, der Super-Traitor. Äh? Wo hängt ihr denn ab, Alter? In der Kirche, Mann. Hier ist Messer heute. Hier Leute, kommt mal raus hier. Der Pate ist da. Es ist soweit. Ja, ist gut. Ich betreibe mich. Alles klar, wir gehen weiter Messer machen. Dann ist es mir zu stressig. Dann ist es mir zu stressig, Junge. So, jetzt halt mal eine Rede hier gucken. Also das Ding ist, ich bin jetzt nicht Trader, das weißt du, ne? Ja, das hoffe ich für dich. Ja, warum sollten die denn da hinten losballern, Alter? Ja, weil ich auch nicht. Geh mal bitte nach vorne. Hey, hey, hey. Ne, 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 ne. Okay, andere darf rein. Ich will auch Messer machen. Dennis, die hatte ich die ganze Zeit schon in der Hand, ne? Ja, kannst ja nicht wechseln, ja. Ja, kann ich auch. Aber ich, guck mal, du, das ist doch, guck mal, du kannst doch logisch nachdenken. Du bist Detective. Ja, ja, ja. Ne, da hinten wurde gerade übelst losgeballert. Irgendeiner, ich will dir das gerade erklären, Gigant. Darf ich das bitte, Priester? Ja, ja, bitte. Da geht eine Tür auf, das ist scheiße. Weg, 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 weg. Du kannst dich direkt mal verziehen hier, Junge. Du kannst dich direkt mal verziehen. Ich weiß nicht, wer das da war. Ich will nur kurz rausfinden, wer das ist. Alles klar, ich bin tot. Priester, rette mich. Priester, komm. Nein, 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 wir bleiben da drin. Das ist unsere Kirche, man. Da kann uns nichts passieren. Gott wird uns beschützen, Alter. Ich sag's dir. Ja, dann komm doch mal rein. Ja, ich komm doch wieder. Aber irgendeiner, der jetzt nicht mehr spricht, ist da. Ja, nein, die Tür geht auf. Da, links, links, links. Priester, wo bist du? Ich bin hier. Okay. Ich sitze auf dem Kreuz. Priester sitzt da mit M16, weißt du? Okay, ich denke mal, dass der Dennis es ist, weil der Walle, ne. Walle? Nee. Die sind, irgendeiner von denen spielt halt tot. Einer ist wirklich tot und einer von denen halt nicht. Brian? Ach ja. André, bitte bleib hier. Bleib hier, André. Ja, ich geh wieder aufs Kreuz. So, jetzt bitte einmal, äh, ne, Ansprache. Ja, ich weiß ja nicht, wie man so eine Ansprache hält, weißt du das? Ja, ich kann leider nicht so ein geiles Echo reinmachen. Ja, was? Okay. Du musst halt so, oh. Äh. 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 Der kommt da, der kommt da wie so ein, wie so ein Banküberfall kommt. Ja, ich dachte, ich probier's mal. Und ballert einfach los. Das ist gerade mal so, an der Seite geht die Tür auf, alle gucken, es ist alle aber so. Vor allem, zu halben, Tür. Bei halber. Tür geht auf, er kommt rein, er ist mal so. Äh. Ja und dann sprengst du uns halt weg, Junge, wir hatten halt einen Gottesdienst, Junge, dann rasier ich mal, probier ich mal, vielleicht soll ich eine Verwirrung, BOOM, 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 aber geil, den Dennis hat mich auch so stumpf weggenommen, das ist so schön, ich bin Detective, Leute, sag mir, was ich lösen soll, ich muss erstmal den Ball ein bisschen leiser machen hier, Sorry, lass mal, lass mal jetzt eine Ansprache halten, er kommt rein, alles wegrasieren, weißt du, alles war fröhlich, nee, erstmal Krieg anzetteln, Alter. Originaler Seed, Alter, ohne Witz. Was? Ja, da ist der doch hier vom Far Cry oder nicht, dieser Schuder. Ja stimmt, Joseph Seed, Alter. Papa Knot. Papa Knot ist immer der Beste. Sollen wir was rausstellen hier so? Ist hier eine Dusche oder was? Ja, irgendwas hier, also nicht Ich vom TS, das ist, äh. Hört ihr das auch? Ja, das habe ich aber vorher nicht gehört. Also in der vorherigen Runde war das nicht, Leute. Oh mein Gott! Ja, das ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo hier, ich glaube, weil hier ein Wasserfall in der Nähe ist. Der Priester ist gestorben, Junge. What the fuck, wie bist du da hochgekommen, André? Ich finde die Karte aber auch ziemlich cool, ne? Die ist echt nice, die ist richtig nice. Leute, da ist ein Cowboy, Alter, what the fuck? Du, du auch, oder so. Junge, du bist ein fucking Cowboy, Junge, du bist der, du bist der blonde Lucky Luke, Junge. Voll geil. Wie so Sheriffs oder sowas. Das ändert sich immer. Ja, aber gerade hatten wir einen anderen Skin, ne? Das war voll geil. Das liegt aber an der Map, oder? Das war auf der Map, der Weg. Ja, ne, ne. Auf der Map, ja. Okay, ja, geil. Ja, geil, Alter. Also kann man jetzt eigentlich sagen, dass du gerade der Sheriff der Stadt bist, ne? Ja, ich bin diesmal 99, ich kümmer mich um alles. Hey! Alles da tot. Cool. 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 Ja, cool. Wer ist tot? Ich verbrenne die scheiß Kirche. Gigant. Gigant. Gigant? Alle noch am Leben, okay. Omnimo Santé Party. Ich bin traurig darüber, dass wir nicht alle in die Kirche gehen. Oh, damit du uns wegsprengen kannst, oder was? Nein, ich bin unschuldig. Ja, ich bin, ich bin, ich bin unschuldig. Ich habe nur da eine dicke, fette C4-Bombe platziert, aber ich bin unschuldig. Nein. Guck doch mal. Da ist sogar, Mann. Omnimo Santé Party. Die Leviten lesen. Guck mal, der, der, der Walle, der traut sich. Ich geh rein. Ja, gleich gibt's fette Explosionen, alle tot. Guck mal hier unten, oder? Ja, es ist aber nur wie so'n riesen Sarrazuermann über die Weltkart. Das ist ja toll. Kenn ich noch. Ja. Verrückt? Ja. Den gelangt. André. Ja, ich bin bei Dennis. Alles klar, geil. Loll, man kann hier Leute einsperren. Wo? Man kann hier Leute einsperren, Alter. Ja, okay, ich sperr jemanden ein. Wen soll ich einsperren? Richtig, richtig C4-C ist hier. Ja, ohne Witz, hier ist ein Kittchen. Wo bist denn du? Schieß mal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Walle? Ja. Okay, Walle lebt noch. Loll, hier ist ein Friseur. Komm mal rein hier, Gio. Hier noch eine Bar. Warte, ich komm vorbei. Zopf abschneiden. Hier, Barbar, Barbar, Barbarbier. Oh, das ist der Smoker hier. Barbarbier. Barbarbier. Halt mal Barbarbier. Halt mal Barbarbier. Barbarbier. Jetzt geh mal hier drauf hier. Okay, let's. Boah, du bist so einig. Aber cool. Walle, was ist das hier? Das da? Hm? Hier. Karotchen? Ja. Na, Karotten. Was kann man mit Möhrchen so machen, Walle? Ich weiß nicht, was du alles mit Möhrchen machst. Hä, was ist denn jetzt los? Jetzt reicht's, komm her. Okay, das war eine Kill-Angelegenung. André, du bist mir viel zu ruhig heute. Das gefällt mir nicht. Ja, ich muss den bisschen rausfinden. Du musst hier ein bisschen gucken, wie der Kill ist, ne? Ey, ey, ey. Hör auf damit, du darfst mich einmal anschießen. Okay, dann bleib stehen. Dann bleib stehen. Aber nicht umschießen, bitte. Alter. Oh, da war ein Schuss. Ja, ich, weil er auf mich geschossen hat. Ich belebe den wieder. Hä? Der hat auf mich grad geschossen. Jetzt hast du doch den, ach man, jetzt hast du doch den Defibrillator verschwendet, Mann. Ja, okay. Soll ich ihn liegen lassen? Ja, lass ihn mal liegen. Nein. Warum? Der kann uns doch helfen, Alter. Nö, lass... Nö. Der Gun ist innocent. Alter. Hey, wer hat denn da jetzt grad abgespült? Alter. Wer hat denn... Wer ist denn da grad auf dem Scheißhaus, Alter? Junge, der hat da erstmal weg... Wow, 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 weg. Wer war denn? Irgendwo war das doch hier? Ich will das sehen. Irgendeiner hat grad abgespült, Junge. Der hat richtig einen Jiggo da reingeballert, Alter. Der hat richtig einen Jiggo reingehauen, ey. Richtig JVA. Richtiges U, Alter. Huch, komm mal. Hey, wo ist denn hier eine Toilette, Mann? Ich hab sie, Mann. Echt, wo? Ich wollte die fette Bahne. Oh, 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 oh. Nee, Alter, der tut wirklich richtig ab, da. Hey, wo denn? Der wacht ist mir zu ruhig. Nö, alles. Ja, hier sind die Karte an einen Kunden, ey. Das wollen. Was ist denn? Der Kunde ist wahrscheinlich grad die Traitor-Waffen. Dann schauen wir mal, wo lange ich mal dabei saß, ne? Ja, genau. Weil ich so lange nicht mehr gespielt hab. Muss ich jetzt mal checken. Naja, ja, ja. Oh Mann, ey. Bis jetzt hab ich echt, bin ich unschlüssig, wär's sein können. Alter, hier ist Klo. Ich will das auch. Gibt's in den anderen Gebäuden auch ein Klo? Man muss auch noch sagen. Ich glaube, da Curry da grad von dem Thema das überbrücken will. Hm. Was, was will ich denn überbrücken? Der hätte mich da auch schon längst umkegeln können, so unbemerkt. Hallo. Ich war grad auf Klo, hab abgezogen, Mann. Ja, ich finde kein Klo, Alter. Ich such die ganze Zeit, ich will auch ein Klo. Warum ist der in der Kirche? Ist das so ein Weichklo, oder was? Hier, Curry. Äh, nee, das ist Walle. Ich glaub, der Curry ist es. Okay, danke, Mann. Ja, einfach so. Ich hab so ein Gefühl. Einfach so, danke. Der läuft mir zu sicherlich nie. Nee, der lenkt so viel ab immer von den Gesprächen, wenn's im Trailer geht. Ja, dann lass uns doch mal in die Kirche und das zusammen klären. Alles klar. Guck, wie der aussieht. Warte, ich will ihn mal einmal angucken aus nächster Nähe. Bleibt mal stehen. Guck mal. Wir gehen jetzt alle in die Kirche, stellen uns hin und klären uns einmal. Was will der denn immer mit seiner Kirche, Mann? Jetzt komm, komm rein. Curry. Ja, dann mach aber auch ne vernünftige Ansprache jetzt, weil sonst hab ich keinen Bock mehr, Alter. Ohne Witz. Okay. So. Liebe Brüder und Brüderinnen. Wo ist der André? Hey, stimmt, André! Unold! Alter, da willst du hier Gottesdienst machen, keiner ist wieder da. André! Oh, Schwester André. Es ist safe Curry, weil der Walle nämlich gerade in der Mitte war und der Curry kam von rechts und der André war, glaub ich, auch rechts. Hey, bist du fertig? Ich war grad in der Kirche, Junge. Nee, 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 davor. Der André war irgendwo auf nem Dach oder so und das war auf der rechten Seite, glaub ich. Das erinnert mich halt wirklich. Okay, dann such mal die Leiche. André liebst du noch? Ja, dann safe Curry, ne? Ja, dann safe Curry, ne? Bis es da nix gibt, Alter, werde ich mich nicht killen lassen. Ja, du hast ja auch keinen Grund dazu, jetzt. Ja, also dann bleibt mir auch schön mal gestohlen, Alter. Ja, alles gut. Ich hab Zeit. Aber man muss halt sagen, dass du als allerletztes mit André am Start warst, lieber Curry. Nee, weiß ich nicht. Ja. Kannst du das beweisen? Und der Curry, ja, das kann ich beweisen. Echt? Wie kannst du das denn beweisen? Ja, ja, ist immer dasselbe. Ruf den André doch mal an. Vielleicht geht der ran. Hä? Ja, Telefon hier. André, tsch. Hä? 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 Was ist das für ein Dumond? Hä? 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 Oh mein Gott. Der hat mich voll weggeballert, Alter. Was ist denn jetzt? Gigant? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Ich wollte eigentlich einen schönen Gottesdienst haben, aber eigentlich... Gigant? Der Gigant stellt sich tot, Alter. Merkst du das nicht? Deswegen gehst du auch mit einem Raketenwerfer in die Kirche rein. Nö, gar nicht. Ich seh nur, wie der da so reingeht, Junge, mit einem Raketenwerfer wie DHL, Alter. Aua. Hey, was für DHL, Alter. Wann laberst du, Junge? Hä? Aua. Nein, schade. Aber ey, guck, ich seh, die Kirche auf einmal seh, so wie du einfach so durchs Bild gehst. Geil, Mann. Ja, Junge, kennst du das nicht? Man muss doch immer was spenden beim Gottesdienst, halt. Boah, und wieder noch so mich mit der Raketen, ich und Pantot. Alter, ey. Trägt der mich da im Scheißhaus nieder, ey. Junge, du bist einfach beim Kacken gestorben, Alter. Junge, wie hart. Ist halt heute auch viel, viel schwerer, ne, zu gewinnen als Trader, weil wir hatten nur einen Trader, sind da noch... Ja, aber das ist ne geile Herausforderung, Alter. Aber das fand ich halt auch jetzt nach langer Zeit beim ersten Mal, und ich war nur einen Trader, fand ich auch ein bisschen schwierig. Also gegen drei, vier, dann... Ja, ja gut, aber man kann ja, man kann ja, man hat ja verschiedene Variationen, so, ne, mit dem Shop. Absolut. 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 Ich will mal Detective sein, Alter. Spiel, bitte. Gib mir jetzt Detective. Nein. Oh, toll. Danke. Danke, Spiel, dass du mir so ein Vertrauen schenkst, Alter. Gigi, Gigi. Ja, was los? Ja, leck mich, Alter. Hä? Also, Walle hätt mich grad safe wegschießen können schon die ganze Zeit. Mhm. Wir, wir waren gerade allein in der Kathedrale. Der Walle spielt auf Zeit, ernsthaft? Hä, wie sind doch die Runde? Genau. Ich spiele doch mal kurz, ey. Hey, Walle, was machst du da? Hä? Hast du mir nur ne Waffe probiert, ich mir zu zusehen? Hab ich dich grad in der letzten Runde nicht gehittet, Curry, noch? Nee. Doch, äh, einmal. Ich hab dich die ganze Zeit gesucht, Alter. Dann warst du da im Fenster, Alter. Wo warst du grad Gigo? Hör mal auf, Gigo zu sagen, den gibt's nicht. Hey, warte mal. Den Gigi, Alter. Oh, Entschuldigung, Junge. Genau, entweder das. Guck mal, wie doof der Gigant ist, um da reinzuspringen. Mann. Nein, ich konnte da rein springen, nur das Fenster war noch da. Äh, wie geil ist das denn? Was denn? Der Arschlein gesperrt. Wer ist das? Ach, Andrea, gut, na dann. Wo kann man denn jemanden einsperren? Unten, oder was? Ja, das ist ein Gefängnis. Das ist Kitzchen, Alter, das ist so geil. Lol. Und wie machen wir das wieder auf? Ja, das möchte ich. Mach mal auf hier. Nö. Wie geht das denn? Hier, hier ist so ein Knopf. Willst du den wirklich betätigen? Er ist Traitor. Dankeschön. Geh nochmal rein. Das ist so nice, Alter. Gutes Timing auf jeden Fall. Ich wollte ihn mit der Tür zerquetschen, aber nicht geklappt. Professor Detective will euch den Tür zerquetschen. Erstmal seine Kameraden töten. Komm mal her, Kigan, ich will dir was zeigen. Nee, hau ab. Komm mal her. Ganz zufällig will ich mir jetzt was zeigen, ne? Er ist Detective, Mann. Ja, genau das ist das Problem. Ey, Junge, der ist safe, Alter. Kennst du auch Dennis als Detective, Mann? Da kann er immer gut helfen. Ich hab schon ein Jetpack. Erstmal, der hat mich schon, als er deckt, fünf Fahnen aufgeschossen mit Taser, weißt du? Und ich war immer tot. Und dann sagt er so, hörh, der flötet ein. Komm mal mit, ich zeig dir was. Ja, komm her. Das wird er doch niemals tun, dass er wieder seine Punkte vergammelt, Alter. Geh doch mal da rein, Gigant. Was soll ich denn da? Geh doch mal da rein. Ich hab keinen Bock da jetzt sechs Minuten zu tragen. Nein, ich hol dich wieder raus. Ich weiß dir helfen können, Mann. Ja, dann geh da, wenn du kein Traitor bist, dann geh da rein. So. Ich hol jetzt den Golden Deagle raus. Geh da rein. Oh mein Gott. Geh da rein. Nein, wir machen das mit der Golden Deagle. Nein, aber geh doch da rein hier. Geh doch einfach hier rein. Komm, geh da rein, Gigant. Komm, ich komm mit. Ich komm mit. Ah, lass mich raus, bitte. Ich bleib hier hinter. Was ist da gerade explodiert? Hä, da hat wieder jemand ein Atomschiff gemacht. Du hörst uns über das Tornecke. Okay, ich mach Tor auf, ja? Eins, zwei, drei. Hat Wale gerade geantwortet? Ich find's eigentlich ziemlich gemütlich hier, Alter. Ich spiel ihn da die, ich spiel ihn da die ganze Zeit ab. Ich bin unter die, okay? Junge, Wale, du weißt, wenn wir dich sehen, dann bist du tot, weil du dich totgestellt hast. Zumindest hast du uns nicht geantwortet. Hä, warte mal, war der das da gerade nicht? Hä, wo? Also hier in der Zelle war er nicht. Und ich glaub, die Klospülung war er auch nicht, Alter. Hä, der will sich selber einschalten. Der klemmt sich leid da drin ein, ich sag's dir, Alter. Der kriegt dann noch hin, Junge. Der kriegt dann noch hin. Warte, warte. Hä? Äh, jawohl. Oh mein Gott. André, du kannst herkommen, du kannst alle töten, Mann. Wir sind alle geile Ziele. Wieso ich denn? Der kriegt dir einmal Drachen. Ja, der ist mir auch kacken. Äh, der scheißt die ganze Zeit, Junge. Alle drei Sekunden. Wer ist da immer aufs Klo, Alter? Ja, da muss das Wale sein. Ich bin nicht am scheißen, echt nicht. Äh, der Wale ist scheißen. Ja, Wale hör immer auf, du scheißen und kill uns. Nein, Dennis, hör auf, lass es, lass es, lass es. Das ist doch der Taser. Ja, du willst uns wieder alle killen, Alter. Nein, das ist der Taser. Hä? Wo ist der hin? Wo ist denn der jetzt hin, Alter? Aber bei mir ist alles schwarz. Was? Ich hab Schwarzbildschirme. Was ist los? Hä? Hör auf, bitte Dennis. Nein, du Arschloch. Alter, Dennis hat alle gekillt. What? Dennis ist doch Detective. Wer ist da die ganze Zeit am scheißen? Nein, warum ist die Taube nicht losgeflogen? Was hattest du gemacht? Das war so schön, Curry. Warum hast du da drin, das war hart verschissen? Ich hätte niemals gedacht, dass Curry-Trater erinnert. Ja, ich wollte einfach die Taube benutzen, aber die hat irgendwie nicht abgedrückt. Ja, der hat auch gut bei mir gemacht. Alter, ich musste so lachen, weil ich schieße den Ganzen mit dem Taser, der ist weg. Der ist einfach so. Das ist aber Schwarzbildschirme, weißt du? Ich sehe nix. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Trouble. Oh, schön. Das ist doch schön, Alter. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ha-ha! Tschüss. Boah, Alter. Hahaha. Hahaha. Spooky, scary, skeletons, and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your goon tonight. Spooky, scary, skeletons, speak with such a screech. You'll shirk and shudder, and surprise, when you hear the zombies shriekin. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton Shouts, darklings, trillies, screams Das Nikon, der Sarcophagor